Der erste Gesetzesentwurf zur Impfpflicht ist da und soll ab 1. Februar 2022 gelten. Darin steht er zwar, wer bis 15. März 2022 keine Impfung hat, muss bis zu 600 Euro Strafe zahlen, die alle drei Monate fällig wird. Damit drohen Impfverweigerer im Jahr maximal 2400 Euro Strafe. Wer nicht einzahlt, muss mit einer Strafe von bis zu 3600 Euro rechnen. Gelten soll die Impfpflicht ab 14 Jahren. Ebenso ausgenommen sind Schwangere, Personen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Genesene für die Dauer von 180 Tagen nach einer Infektion. Die Impfpflicht umfasst drei Stiche. Die Erstimpfung ist ab 1. Februar 2022 Pflicht, die Zweitimpfung frühestens 14 Tage und spätestens 42 Tage nach der Erstimpfung. Schließlich die Drittimpfung frühestens 120 Tage und maximal 270 Tage nach der Vorimpfung. Als Impfstoff anerkannt werden jene von BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson. Zunächst werden das Gesundheits- und das Verfassungsministerium noch Vorschläge der Oppositionspartei SPÖ und NEOS berücksichtigen. Im Laufe der Woche wird der Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt. Schließlich werden der Nationalrat und dann der Bundesrat über das Gesetz abstimmen. Die Impfpflicht soll vorerst bis 31.01.2024 gelten. Schkien.